Hallo und Willkommen wieder bei Assassin's Creed Valhalla und hier sehen wir aus der letzten Folge noch mal die tanzenden Nonnen und die werden wir uns jetzt hinter uns lassen und und wir werden jetzt natürlich erstmal hier nach oben reisen denn hier hatten wir was vergessen ja und dann dieses fehler brauche ich jetzt nicht wir reisen dahin und holen uns dort diesen vergessenen schatz ich habe nämlich gedacht er wäre im anderen gebiet und das ist leider nicht Gott sei Dank nicht deswegen holen wir den jetzt ab Ach da ist ist es schon. Okay. Das ging ja richtig flott. Also wir werden jetzt diese Folge nur was anderes machen. Okay. Ist doch etwas weiter als gedacht. Ja. 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 Ach, da ist wer respawnt. Die haben jetzt hier nicht wirklich Wachen stehen, die Probleme machen könnten, oder? Da steht eine. Da drinnen könnte eine sein, bin ich mir noch nicht sicher. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Gut, dann gehen wir mal da rein, ne? Gut. Huh. Do this, mate. Stay close. tschüss kann ich jetzt hier irgendwo ein pfeil nutzen wo es brennt was haben wir denn da oh ja der jägermantel also jetzt haben wir eigentlich fast alle reichtümer fehlt jetzt nicht mehr so viel und moment überlegen wenn ich die verbessere was bringt das sechs schaden machen wir mal die kann ich leider nicht mehr verbessern so jetzt kriegen wir etwas mehr mahlzeiten rein hier liegt jetzt leider nichts alles klar ich würde sagen schauen wir uns mal hier unten um ja ja da ist nur was ich mache mal eine schnelle reise wir gehen jetzt in die stadt rein und anschließend machen wir das rätsel und zwar ich gehe mal dahin weil da ist ja irgendetwas aber ich glaube das war unterirdisch kann es sein ich glaube das war unterirdisch weil ich war irgendwo hingerannt und das machen und dann ging es nicht ja verspärt nicht den weg bewegen ja das war hier unterirdisch ja das war hier unterirdisch ja Da ist eine Maske und ich denke, wir müssen da reingehen, um das zu klären. Ich darf mich nicht sehen lassen. Eine Kapuze wäre gut. Aber bevor wir das machen, werden wir unten die Hauptquest machen. Und die ist da. Um, 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 um. So, wo ist er? Stehe ich hier falsch? Wo steht denn der? Sag mal, wo bist denn du? Hallo Hundi! So, ich bin hier. Der Typ sollte hier sein. Oder steht der irgendwo hier in der Gegend rum? Da oben? Da oben? Was ist da? Ist das ein Schatz? Ja, ist es. Wo ist Eva? Also, ich muss hier rein. Das kannst du schön sein lassen. Also, ich sehe auch gerade nichts. Ich frage mich immer, wie hier Schlangen reinkommen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. So, wo ist unser Kumpel hier? Hier sollte Eva irgendwo sein. Also, entweder bin ich zu früh hier oder das kommt erst. Obwohl ich eher auf letzteres tippe. Hier haben wir aktuell noch andere Quests. Das ist Tod und Böse. Hier haben wir noch. Das ist eine Insel, die wir machen müssen. Hier haben wir alles. Hier auch. Ja, brauche ich nicht. Hier gibt es noch diese Kleinigkeit. Hier um unsere Stadt herum. Und dann war es das ja eigentlich schon. Also, hier in diesem Gebiet. Ich gehe erstmal rein einfach. Ihr erkundet einfach erstmal die Sachen, die hier sind. In der Stadt. Zum Aufdecken. Und zwar fangen wir mal hier an. Das ist nicht hier, oder? Ja. also den ersten teil hätten wir dann ist da noch was provian ist voll jagen da drinnen Geht verletzt mich dann. Ich weide dich aus. So, kommt eine Wache hinterher? Nein, ne? Ich muss jetzt erst mal einen Weg hier rein finden. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Du bist du? Hm? Hm? Huch. Kracht er mir hier einfach durchs Gemüse. Hm. Na, danke. Wieso mach ich das und so rob ich mir das? Also wenn hier ja schon Feuer ist. Brennt das? Ja. Aber nicht gut, okay. Da hin will ich. Ja. Ja. Okay. Wo geht's denn hier rein? Ja. 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 Also sorry wenn sich etwas ruckelt. Finde den Schlüssel. Ja gut, dann gehen wir mal zur Eierfrau. Hallo Eierfrau. Wie war das? Wenn du die Eier, dann entlohne ich dich. Okay. Und äh... Wo kriege ich jetzt Schlangeneier her? Wenn die tot sind? Oh, hab ich schon. Mehr Schlangeneier! Oh, das ist schon viel besser. Das wird langsam. Ja, ich spüre es. Mehr Eier, mehr! Alter, was? Was ist denn mit der Frau los, bitte? Okay, vielleicht haben wir hier draußen... Irgendwo... Eier. Oder Schlangeneier. Oder Schlangen, allgemein. Hallo, raus hier! So, jetzt hab ich einfach genug, oder? Ja. Ernsthaft? Ich wusste, ich würde es bereuen. Da kamen meine Innereien fast mit raus. Ach, könnte ich nur sehen, was jetzt oben geschieht. Mein Lohen, bevor ich jämmerlich ersticke. Wie vereinbart. Und? Hast du nichts zu sagen zu diesem übermächtig abgelassenen Willen? Er war umwerfend. Wortwörtlich. Ha, 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 ha. Ernsthaft? Ach, du scheiße, wortwörtlich. Also hätte ich eigentlich theoretisch hier auch so reinkommen können, oder wie? Ah, nee. Das wäre nicht gegangen. Geil, finde ich cool. So, brennt das Dach? Nein, ne? Doch, es brennt. Okay. Cool.